Männer kaufen effektiver ein. Ihr Männer kaufen genau nach Liste ein. Für Frauen ist eine Einkaufsliste eine Option. Darf ich Magerquark mit Fisch essen? Bei manchen Fragen denke ich mir, gut, dass es auch für Erwachsene Schuhe mit Lettverschluss gibt. Hier ist eine Nachbarin von mir. Sie ist eine Ernährungsextremistin. Sieht aus wie Ötzi nach dem Abtauen. Da kommt diese freie Radikale auf mich zu. Und dann fragt der mich, sag mal Patrick, trinkst du auch Schmottis? Wenn man danach so aussieht, nein. Ich behaupte, die Angst vor Fett hat uns Menschen fett gemacht. Willi ist ein Nachbar von mir und Willi ist ein absoluter Fleischfett. Der hat in seinem Garten auch kein Grillsteg. Das ist ein Krematorium. Was wird das wohl für eine Qualität sein, wenn ein Pfund Hackfleisch weniger kostet als eine Dose Premium Katzenfutter? Ich sag euch, das Katzenessen, das wäre gesünder. Selbst die Katze zu essen wäre... Und selbst die Männer, wenn ihr unbedingt einen Waschbrettbauch haben wollt, ihr habt einen Waschbrettbauch. Ja, liegt halt ein bisschen Wäsche drauf, aber... Ich hab einen ganz wichtigen Tipp für alle Singles hier. Sucht euch einen Partner, der dagegen kochen kann. Denn Schönheit vergeht, aber der Hunger, der ist hartnäckig. Es ist schon wirklich kurios. Wir leben doch tatsächlich heutzutage in einer Zeit, wo anscheinend der BMI wichtiger ist als der IQ. Waage und Spiegel im Bad. Wisst ihr, welcher Satz eine komplett neue Bedeutung gewinnt? Ich geh ins Bad und mach mich fertig.